Auch wenn der FC Bayern sich mit dem 2-0-Sieg über Hertha BSC am vergangenen Wochenende die Tabellenführung vorerst wieder zurückerobern konnte, stehen die Bosse dennoch weiterhin stark in der Kritik. Es wird ja schon seit Wochen medial darüber diskutiert, ob jetzt nun der Sportvorstand oder der Vorstandsvorsitzende die Hauptschuld an der aktuellen Bayern-Krise trägt. Und auch die Frage danach, ob nun Kahn, Salihamidzic oder sogar beide von einer Entlassung bedroht sind, wurde ja von Quelle zu Quelle unterschiedlich beantwortet. Kurze Zeit hieß es sogar, dass Kahn jetzt sofort entlassen werden sollte, ist nicht passiert, wird jetzt auch nicht passieren noch während die Saison läuft, da wird Bayern die Entscheidungen erst nach Ablauf, also nach Ende der Saison treffen. Laut Sky ist es Kahn, der im Gegensatz zu Salihamidzic schon so ein bisschen mehr um seinen Job bangen muss, da eben Braco schon noch so ein bisschen mehr die Rückendeckung des Klubs genießt. Dennoch sei das Aus von Kahn jetzt keine beschlossene Sache, das wird man in der Zukunft sehen. Dennoch, wie Sky nun berichtet, sei schon beschlossen, dass die Bayern mit einer veränderten Führungsetage in die neue Saison gehen wollen und auch werden. Und somit sei ausgeschlossen, dass es mit Kahn und Salihamidzic weitergeht, da dafür eben zu viel passiert sei. Heißt also so viel, einer der beiden wird auf jeden Fall gehen und ersetzt werden. Und wenn das Ganze stimmt, wenn die Berichte richtig sind, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Kracher. Und wird interessant zu sehen sein, wie man da jemanden ersetzen kann und wen es letztendlich trifft. Ich habe ja schon mehrfach hier auf dem Kanal Stellung bezogen, dass ich klar gegen Salihamidzic bin, da er einfach zu viel falsch gemacht hat. Ich will es jetzt gar nicht hier lang ausführen, da könnt ihr gerne die anderen Videos anschauen, wenn ihr da anderer Meinung seid und es hören wollt. Auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, dass man einen auf jeden Fall behalten will, aber auch auf der anderen Seite einen Wandel haben möchte. Also, dass sich schon so ein bisschen was ändert. Also man will jetzt eben nicht alles umkrempeln, sondern schon so ein bisschen am Status Quo festhalten. Auch mit der Bayern-DNA von den Führungsbossen, dass die eben schon im Verein waren als Spieler früher. Dennoch will man zur anderen Hälfte eben eine Änderung vornehmen. Auch so ein bisschen als Zeichen nach außen, dass sich eben was ändern muss, weil halt eben schon Fehler gemacht wurden. Und das wird man dann auch auf jeden Fall so nach außen kommunizieren. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze enden wird. Zum einen hat ja auch Kahn gemeint, dass er selbstverständlich davon ausgeht, nächste Saison noch hier zu sein. Während aber Präsident Heiner ein klares Bekenntnis vermeidet hat und eben meinte, dass sie die Gesamtlage eben im Sommer analysieren werden und dann entsprechende Entscheidungen treffen werden. Daher bin ich auf jeden Fall gespannt, wer von beiden gehen wird. Lasst mich da gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen und vielleicht auch mal ein paar Optionen, mit wem man die ersetzen könnte. Ja, ist ein bisschen sehr schwierig. Ich habe da eigentlich auch keine Namen, aber mal schauen. Lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.